Die Partystimmung der letzten Tage ist ja wirklich schnell verflogen. Was ist da denn los? Doch kein Durchmarsch nach Moskau? Und was ist eigentlich mit der Siegesparade der NATO auf dem Roten Platz? Wird die jetzt etwa abgesagt? Das geht ja gar nicht. Und damit herzlich willkommen zu diesem weiteren Video und hier auf meinem Kanal russische-welt-tv. Ja Freunde, also nach dem großen Jubel, nach der massiven Euphorie, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, nach der Verabschiedung des amerikanischen Hilfspakets, ist nur wenige Tage später die große Ernüchterung eingetreten. Zumindest gibt es davon erste Erscheinungen. Also wie das halt so ist, nach der großen Party kommt der Kater. Und sehr bezeichnend finde ich hier in diesem Zusammenhang auch die Aussage von Herrn Zelensky selbst, der jetzt davon spricht, dass es jetzt wieder eine Chance auf den Sieg gibt. Und zu dieser Aussage hat sich der Militärexperte und Oberst AD, Wolfgang Richter, auf NTV geäußert. Schauen wir uns das kurz mal an. Ich glaube, Zelensky greift ein bisschen zu hoch. Es ist natürlich klar, dass jetzt Euphorie herrscht, nach der Dürre der letzten fünf Monate, wo die Munition tatsächlich sehr knapp wurde und die Ukrainer in eine sehr prekäre Situation an der Front gekommen sind. Also unabhängig davon, wie gesagt, finde ich es sehr bezeichnend, dass Zelensky jetzt von einer Chance auf einen Sieg spricht. Weil ich glaube, wir können uns noch alle sehr, sehr gut daran erinnern, dass Zelensky ja faktisch jeden Tag in seiner Videobotschaft und auch in anderen irgendwelchen Auftritten immer gesagt hat, von wegen der Sieg wird unser sein. Daran gibt es ja überhaupt keine Zweifel. Und seine Berater, die wollten ja auch letztes Jahr schon im Sommer auf der Promenade auf der Krim bereits Kaffee trinken. Zum Beispiel haben sie das so entsprechend lautstark verkündet. Und jetzt vor einigen Wochen sagte ja Zelensky, dass die Ukraine den Krieg zu verlieren droht, wenn die US-Hilfe nicht beschlossen wird. Also nach dem Motto, wir würden ja eigentlich gewinnen, aber die USA, die haben uns ja hier im Stich gelassen, haben uns nicht geholfen und so weiter. Also um auf diese Weise, wie ich auch schon in meinem Video vom Sonntag gesagt habe, die Schuld und quasi die Verantwortung für das eigene Versagen auf andere, in diesem Fall die USA zu schieben, was ich finde auch sehr gut passt, also womit Zelensky auch sehr gut passt, zu den verschiedenen Politikern des Westens, insbesondere Europas, insbesondere auch den Politikern der Ampel, wie Herr Habeck, wie jetzt Frau Baerbock und so weiter, bei denen auch immer irgendwelche anderen Leute schuld sind oder irgendwelche äußeren Umstände schuld sind und nicht ihr eigenes Versagen. Und jetzt liefern die USA ja doch und somit kann Zelensky das auch nicht mehr auf die USA schieben. Und jetzt spricht er, wie gesagt, von einer Chance auf einen Sieg, wo ich trotzdem eine ganz klare Veränderung der Rhetorik beobachte. Denn zwischen der Rhetorik von früher von wegen, wir werden auf jeden Fall siegen und so weiter, wir werden die Krim einnehmen etc. Und auf der anderen Seite, wir haben eine Chance zu gewinnen, da ist es doch ein sehr großer Unterschied. Weil wenn es eine Chance für etwas gibt, wenn man es jetzt mathematisch ausdrückt, also eine Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Ereignis gibt, dann gibt es ja logischerweise auch eine Chance, zum Beispiel eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass genau dieses Ereignis eben auch nicht eintritt. Und vor allem, wie hoch ist jetzt diese Chance, die Zelensky jetzt hier sieht, von der Zelensky jetzt hier spricht, liegt sie jetzt bei 80% oder vielleicht bei 50% oder vielleicht auch nur bei 5%. Wer weiß, das hat Zelensky jetzt nicht weiter konkretisiert. Also ich meine, wenn ich jetzt gleich, zum Beispiel wenn ich das Video jetzt hier aufgenommen habe oder so, nachher irgendwie hier draußen spazieren gehen werde, so gibt es auch durchaus eine Chance, dass ich da irgendwo auf der Straße oder im Bus oder sowas einen Koffer finde mit einer Million Euro da drinne. Ja, die Chance ist natürlich sehr gering, aber es gibt auf jeden Fall eine Chance. Also was ich damit sagen will, Siegesgewissheit klingt auf jeden Fall ganz, ganz anders. Also stellt euch mal vor, jetzt beispielsweise jetzt am 7. November 1941 würde jetzt Stalin auf dem Mausoleum stehen und eine Rede halten und dann sagen, von wegen, wir haben eine Chance, diesen Krieg zu gewinnen. Ja, und das ist übrigens auch unter anderem ein Unterschied zwischen dem echten Stalin und Zelensky, der gerne so wie Stalin sein möchte offensichtlich. Auch in der Westchenpropaganda insgesamt, ist ja der Optimismus und der große Jubel der letzten Tage offensichtlich verflogen. Unter anderem auch unser alter Freund, der Herr Röpke von der Bild, hat jetzt gestern ebenfalls einen nicht ganz so optimistischen Post gemacht, wo er unter anderem auch dazu aufgerufen hat, dass die Ukraine, das Kiewer Regime, weitere 250 Mann zwangsmobilisieren soll. Also das Original ist hier wieder einmal auf Englisch. Ich lese wieder die deutsche Übersetzung vor, die automatische Übersetzung. Und zwar alles amerikanische Geld, alle westliche Unterstützung, alle deutschen Waffen werden nichts nützen, wenn die Ukraine nicht zumindest weitere 250.000 Soldaten mobilisiert, um die viel zu dünn besetzte Front zu verstärken. Russische Truppen erreichten Acheretino. Ja, und nicht nur der gute Herr Röpke, sondern auch beispielsweise der österreichische Oberst Markus Reisner, der ja auch immer wieder in verschiedenen Fernsehsendungen hier auftritt, unter anderem jetzt kürzlich in einem Interview bei NTV. Der sah sich nämlich in einem Interview mit NTV gezwungen, die Euphorie ein bisschen zu bremsen und sagte, wie auch ich vorgestern gesagt habe, dass das Maximale, was diese US-Hilfen bringen werden, sein wird, dass es der ukrainischen Armee gelingen wird, die Front zu halten. Aber selbst das nur im optimistischen Szenario. Ich werde jetzt hier auch aus diesem Artikel einige Abschnitte vorlesen, die ich als interessant betrachte. Bei der gerade vom US-Senat verabschiedeten Hilfe für die Ukraine sei es um das Wohl und Wehe des Landes gegangen, sagte Oberst Markus Reisner in seinem wöchentlichen Blick auf die Front. Diese Munition, aber auch die andere Unterstützung, die nun in der Ukraine eintrifft, wird dem Land helfen, die Verteidigungslinien zu halten. Mehr aber auch nicht. Selbst eine Lieferung von Atakams würde nur helfen, bereits befreites Gelände zu halten. Das Momentum sieht Reisner bei den Russen. Die Verluste sind hoch. Aber man kann in der Armee keine Auflösungserscheinungen erkennen. Und jetzt hier die Frage von NTV. Das US-Repräsentantenhaus hat das seit Monaten blockierte Hilfspaket für die Ukraine in Höhe von 60 Milliarden Dollar freigegeben. Ist das eine Trendwende? Markus Reisner. Es war eine Entscheidung über das Wohl und Wehe der Ukraine in den nächsten Wochen und Monaten. Diese Munition, aber auch die andere Unterstützung, die nun in der Ukraine eintrifft, wird dem Land helfen, die Verteidigungslinien zu halten. Seit Monaten wissen wir, dass die Situation für die Ukraine gerade im Bereich der Artilleriemunition immer ungünstiger geworden ist. Die Frage ist nur, ob die Lieferungen schnell genug kommen, um die russische Sommeroffensive abzuwehren. Dann die Frage, wie lange wird es dauern, bis die Lieferungen ankommen? Darauf Markus Reisner. Es wird Ressourcen geben, die relativ rasch da sind. Zum Beispiel Artilleriegranaten oder gar Atterkampfsboden-Bodenraketen. Anderes Material, wie zum Beispiel zusätzliche Fliegerabwehr, wird länger brauchen, bis zu einigen Monaten. Die bereits im vergangenen August zugesagten F-16-Kampfjets sind immer noch nicht in der Ukraine eingetroffen. Das Mindeste, was die Ukraine von der Entscheidung des US-Kongresses erhoffen kann, ist, einen gewissen Ausgleich vor allem im Bereich der Artilleriemunition gegenüber den Russen herzustellen. Und dann die Frage, von einer ukrainischen Offensive ist da noch keine Rede. Darauf Markus Reisner. Auch die Atterkamps würden nur dazu dienen, das befreite Gelände zu halten. Um in die Offensive zu gehen, bräuchte die Ukraine noch sehr viel mehr Unterstützung, die in den 60 Milliarden Dollar nicht enthalten sind. Dazu bräuchte die Ukraine neue Brigaden der Offensive, wie sie vor der gescheiterten Sommeroffensive von 2023 gebildet wurden. Und dennoch ist sie ja gescheitert, ne? Nebenbei bemerkt. Diese rund 10 bis 15 Stück müssten mit Ressourcen ausgestattet werden. Mit Munition, Kampfpanzern, Schützenpanzern, Artilleriesystemen und mit Soldaten. Dann könnte die Ukraine 2025 wieder in die Offensive gehen. Das geht in der aktuellen Diskussion ein bisschen unter. Was jetzt kommt, hilft der Ukraine nur, die Front zu halten. Benötigt wird aber noch viel mehr. Übrigens vor allem auch Fliegerabwehrsysteme in der Tiefe des Landes. Denn die Ukraine steht hier vor einem Dilemma. Wie löst die Ukraine ihr Luftabwehr-Dilemma normalerweise? Darauf Reisner. Im Moment ist die Flugabwehr mittlerer und hoher Reichweite vor allem um die Städte und Industriezentren aufgestellt. Aufgrund des massiven Drucks, dem die Soldaten an der Front durch den Einsatz der russischen Gleitbomben ausgesetzt waren, sah man sich in den letzten Monaten allerdings immer wieder gezwungen, die Luftabwehr um die Städte auszudünnen und Batterien an die Front zu bringen, um dort Hinterhalte zu legen. Das hat auch gut funktioniert. Aber die Russen verfügen mittlerweile über eine sehr gute Aufklärung bis tief hinter die Front. Sie haben es geschafft, Patriot und S-300 Systeme aufzuklären und nicht wenige Werfer und Radargeräte zu zerstören. Und als nächstes spricht der Herr Reisner, wie ich finde, auch einen sehr wichtigen und wie ich auch finde, einen sehr interessanten Punkt an. Und zwar geht es da um diese verschiedenen Jubelmeldungen, die wir seit zwei Jahren immer wieder hören, wo jetzt irgendeine kleine Episode irgendwie herausgepickt wird, die beispielsweise jetzt die ukrainische Armee mit Hilfe von Raketen oder mit Hilfe von Drohnen jetzt irgendwelche Objekte der Russen trifft und man dann hier jetzt jubelt und feiert, als wäre man hier schon kurz vor Moskau oder sowas oder daraus dann irgendwelche Rückschlüsse zieht von wegen, ja, dass die Ukraine hier schon kurz vor dem Sieg steht und so weiter. Irgendwann war ich es auch leid, muss ich ehrlich sagen, immer wieder darauf zu reagieren, habe das dann auch nicht mehr gemacht, weil das einfach für das Gesamtbild so gut wie keine Bedeutung hat. Und in dem Zusammenhang hat, wie ich finde, der Herr Reisner hier auch einen wichtigen Punkt angesprochen. Und zwar hier in diesem Abschnitt, auch das geht in der Berichterstattung teilweise immer unter. Wir haben den Blick häufig auf die Erfolge der Ukraine. Abgeschossene Flugzeuge, Beschädigungen von Schiffen in Sevastopol, Angriffe auf die Krim, wo kürzlich ein paar russische Hubschrauber zumindest beschädigt wurden, auch eine S-400 Batterie, also ein russisches Fliegerabwehrsystem. Man darf aber nicht vergessen, dass die Russen Ähnliches durchführen. Und bei den Ukrainern wiegt ein Verlust einer S-300 Batterie wesentlich schwerer als auf russischer Seite. Dazu kommen die weiteren Zerstörungen. Ja, also soviel hier an dieser Stelle zu Markus Reisner. Und ein noch deutlich düstereres Bild, zum Beispiel eine noch viel dramatischere Perspektive, wird uns jetzt hier in diesem aktuellen Artikel im Handelsblatt präsentiert, zum Beispiel von den Experten, die den hier geschrieben haben unter Berufung unter anderem auch auf hohe NATO-Vertreter. Auch hier kurz ein paar Ausschnitte davon. Und zwar hier die Überschrift, kommt die US-Hilfe für Kiew zu spät, um Putins Offensive zu stoppen. Die Amerikaner liefern dringend benötigte Munition, aber keine Wunderwaffe. Experten warnen vor einem baldigen Durchbruch Russlands. Nun ist auch die EU gefragt. Düsseldorf, Brüssel, Paris. Die Erleichterung über die Freigabe neuer Ukraine-Hilfen durch das US-Repräsentantenhaus mischt sich mit der Sorge vor weiteren militärischen Rückschlägen. Es werde einige Zeit dauern, ehe die amerikanischen Waffenlieferungen das Kräfteverhältnis an der Front beeinflussen könnten, sagten NATO-Diplomaten dem Handelsblatt. In der Zwischenzeit drohe die Ukraine stark unter Druck zu geraten. Innerhalb des nächsten Monats, so die Einschätzung einer hochrangigen NATO-Quelle, könnte den Russen ein Durchbruch gelingen. Ein zweiter Diplomat spricht von einer ernsthaften Gefahr. Ja, also ein wirklich sehr, sehr düsteres Bild, wie gesagt. Vor allem jetzt auch im Kontrast zu der Jubel- und Siegesstimmung der letzten Tage. Andererseits finde ich das natürlich auch sehr erfreulich, muss ich sagen, dass jetzt sogar verschiedene Experten im Westen zum selben Schluss kommen, wie ich auch gekommen bin. Unter anderem auch in meinem Video von vorgestern, vom Sonntag, als ich darüber auch gesprochen habe, über das US-Hilfspaket. Also ja, möglicherweise wird es der ukrainischen Armee gelingen, mithilfe des US-Hilfspakets die Front zu halten, aber auch das nur vorübergehend, weil irgendwann ist das US-Hilfspaket auch aufgebraucht und wann das nächste kommt, ist unter anderem aufgrund des Wahlkampfes auch ungewiss milde ausgedrückt. Und selbst das ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass es gelingen wird, die Front zu halten. Also jetzt momentan sieht es ja zumindest wirklich sehr, sehr schlecht aus für die ukrainische Armee an der Front, wie wir unter anderem auch im gestrigen Video gemeinsam festgestellt haben. Denn die russischen Streitkräfte rücken immer weiter vor, entlang der gesamten Front praktisch und haben jetzt gestern auch einen weiteren Durchbruch erzielt bei Al-Sheretino, nordwestlich von Avdeevka, also kurz nachdem ich meine gestrige Frontanalyse auch veröffentlicht habe. Also wie gesagt, eine sehr, sehr kritische Lage für die ukrainische Armee. Wahrscheinlich wird sie auch weiter erstmal kritisch bleiben und wir werden sehen, wie sich das Ganze dann in den nächsten Wochen und Monaten weiterentwickeln wird. Und natürlich werde ich euch da nach Möglichkeit auch auf dem Laufenden halten, wie immer. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video.